Kaltzug oben auf die Kappstellen, da sind ja alles frei hier, weil ich musste auch noch die Kappstellen, da ist ja schon ein Block drin, das heißt das Signal läuft dann auch schon mit. Wer ist wieder zu? Oh, ist der Film zu unterwegs, ja? Ja. Hat wo oben, hat der oben Halt? Ja, also ich frage mich noch mit vor der Rühe, da ist ja auch ein Signal, da sieht doch die Lauf sind. Das ist ja schon, oder? Der läuft ja, ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Der liegt ja. Du bist ja sicher. Nein, nein, nein. Ja. Aber der ist doch der, oder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Soren, bist du vielleicht dein Rufstagsrauschen hin, weil sonst bleibst du mal rüttel und hängender hin. Oder willst du jetzt schon wieder auf Reise gehen? Ja, das ist schon ein... Ja, dann nehmen wir die Rufstagsrauschen rein. Ich kann aber auch was schicken. Vielleicht kann ich mal die Rufstagsrauschen machen. Ah, ja. Ja, genau. Aber jetzt ist ein Technophan da, der... Das ist keines, was du hier sieht. Das ist uns auch noch so verkehrt. Ja. 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 Was ist denn das Ziel für dich? Da hätte ich mal gerade wieder Richtung Hotting. Spielt? Weiß es nicht. Wenn das noch nicht. Nein, wer hat es trägt, dann läuft sie mal wieder. An dem ist das Spiel. Das ist gut. Das ist gut, ja. Wurzelnhausen noch nicht frei. Spielt? Ja, jetzt. Aber bitte mal schauen, dass der Bravo nicht ausgedreht ist. Also, der Bravo nicht aus. Ja. Der Bravo ist nicht vor der dritten Hau. Das ist ein bisschen. Ja. Das wird jetzt wieder ein bisschen zu kommen. So war es jetzt. Der ganze Leibland geht locker bei den ganzen... Noch einmal? Der ganze Leibland geht locker bei den ganzen... Einmal die Befestigung der Forms. Ja, jetzt geht's. Der ganze Leibland geht locker bei den ganzen... Noch einmal? Das ist ein Dänklinger. Das ist ein Dänklinger. Das ist ein Dänklinger. 16, 24, 45. Machen wir mal Kursen raus? In der City halten wir jetzt bei der Fachstraße. Ich könnte zusätzliche Fahrten, weil die S-Bahn doch im Hauptbahnhof fährt. Ich habe zwei Züge, die da rausgefahren sind. Rundieren kann ich jetzt mal anfangen. Das ist trocknet, ja. Dann kann ich nämlich den Druck trocknen. Das stimmt ja zu, der Stock dran ist. Aber den kann ich ja zum trocknen und auch noch anfangen. Ja. Das ist ein Halt, der auf dem Platz ist. Ja, das ist ein Halt. Das ist ein Halt. Das ist ein Halt. Äh, ich habe das, was ich jetzt auch. Das ist ein Halt. Das ist ein Halt. Das ist ein Halt. Das ist ein Halt. Da ist der Mieter, der hat doch die Tür, die sich hier anziehen, das sieht man nicht aus. Einstellt und soll oben. Einstellt und müssen draußen. Ja, Mann. Wo ist der? Soll oben und dann auch zwei. Zuerk. Du aber treibst zu. Ja. Läufig. So, Gästen. Du du weichst. Das kann ich jetzt mal machen. 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 Das kann ich jetzt mal machen.